Darf ich auch sagen, dass Kanye West ein Arschloch ist, auch wenn er gute Musik macht? Ja, ich bin sehr düster. Kanye West ist ein guter Musiker, aber er ist ein Arschloch. Er ist halt ein Verrückter, aber das ist teilweise gar nicht so. In seiner Psychose ist er halt da drin, aber das muss man respektieren. Es gibt halt verrückte Menschen, aber der macht halt gute Musik. Aber nicht so ein Schleimbeutel wie Pharrell Williams, Alter.